Äh, ne, warte mal. Äh... Da. Okay, dann... Äh, hier. Okay, jetzt habe ich drei Fleischspieße. Oh. Da ist wieder so ein Sperrfurzi. Oh. 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 kann ich dir das geben habe ich dadurch gelernt dafür muss ich irgendwie angeln können ich konnte doch ein feld herstellen da ein gartenbeet machen wir das doch mal hier wobei es besser glaube ich bin ich wo was es sollte auch irgendwas rausnehmen was ich auch brauche hier einstein wirst du denn hin du sollst da rein tun Da reintun. Das ist alles, was ich habe? Okay. Zwei davon. Und dann brauche ich noch zwei davon. Haben wir noch Stein? Wir haben noch Stein. Alles klar, cool. Die Affe weiß besser, wo man drin ist, als ich. So. Werding. Gegenstand. Ah, nee. Äh, äh. Hm. Ich wusste aber gar nicht, weil ich die anbauen könnte. Beeren vielleicht? Kann ich dir nur Beere geben? Oh, jetzt brauche ich noch eine Gießkanne. Okay, ich brauche noch, äh, Palmenblätter. Komm her. Ob ich die wohl einfach mit, äh, mehr Wasser auffüllen kann? Hm. Ich weiß nicht, wie ich das 1- 2- 3- 4- 5- 6- 9- 7- 7- 8- 9- 9- 7- 8- 9- 9- 10- 7- 8- 9- 10- 7- 7- 9- 11- 8- 9- 10- 9- 11- 9- 10-정- 12-11- 10- 9- 10- 10- 12-13- Черne. Er scheint nicht besser zu werden? muss unbedingt mehr affen finden aber irgendwie kennt mich alles habe ich habe noch mehr knochen oder jetzt dann baue ich mir mal so ein knochen haben ach ja ich hätte ja überall drin lassen können einmal knochenknübbel anscheinend rüstung hier wird nicht eine halbe stunde bis neuer und noch mal für alles habe ich nicht ja dann essen wir halt mal das affengericht ok dann werde ich definitiv aber mehr brauchen ach ja hier ein teig eine wasserplatz für fische das war es hier umschmeißen was haben wir hier noch zähmungswerk stand ok abfallgrube für immer entsorgen werde ich glaube ich nie brauchen sowas man kann eigentlich nie genug von johann haben ob es gab einen platz an dem bäume wachsen können ok wir wollen anscheinend weißen und bambus cool cool machen wir mal so ein stückchen weg haben wir alles ok ok also kann ich dann später dann quasi so eine art haus bauen ich habe mir mal aus ob ich noch nicht noch mal irgendwo finden kann alles so eng hier vorne aber ich kann doch theoretisch hier durchs wasser rennen bringt mir das irgendetwas okay ich kann es lädt recht schnell auf wenn ich leer laufe dann verkauft werden okay ach ja ich muss immer nur den mysteriösen fremden finden da sind gegner okay es lädt sehr langsam nach wenn ich nicht leer bin oh redermäuse alter die mir vor die nuss haben wir hier noch ein tagebuch ist auch irgendwie es gibt aber rinnte wo sind sie denn was bist du irgendwie nach weil ich damit ein totempfahl bauen okay äh ne anscheinend nicht und wir haben hier sind mehr tiere geschichte müssen erst ab gegen die die holzwand gerannt ich habe hier noch so ein paar affen habt ihr vielleicht irgendwo affen gesehen muss meine gewölbe und labyrinthe sind gefährliche orte voller rätsel und schätze wenn du das ende eines labyrinths erreicht können wir einen gegenstand der dem hilflich ist von der insel zudem und den inseln zu entkommen den inseln doch das gibt nur diese eine insel hier ach ich kann hier kochen lustig du öffnest dich da unten ist nichts dann rauben und glauben wir doch mal vorsicht abgrund du findest vielleicht geben die wieder du noch deine affen überwinden könnten versuchen mit merkt mehr zwecks stangen und holzböden eine brücke darüber zu bauen ich habe mein werkzeug dabei ok war ein schwieriges rätsel muss man ja schon lassen oh affe affen bearbeitung du kannst im affenrat eines tagesburg die farbe des affenfreundes ändern ok dann komm mal mit wie heißt du henry henry kommt kann ich auch kaputt machen damit vielleicht ich sehe schon ok wird langsam ein bisschen problematisch mit meinem platz kannst du kannst du die tragen cool bretter habe ich dabei den sperr würde ich gerne haben ähm die mango kann ich essen na komm tu mal einen schläger weg ok ab nach hause steine habe ich nicht gesehen hier ab und auf nach 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 Okay, dann sollten wir jetzt erstmal nach Hause, ne? Ich muss unbedingt Sachen loswerden. Oh, hier komme ich nicht rum. Okay. Hier über die Steine. Das geht. Oh, mein Affe läuft irgendwo hin. Okay. Oh, da bist du ja. Wo hast du den langen Weg genommen? Cool. Warte mal hier. Plündert ein paar Schätze. Inseln vollgemüll. Das habe ich schon gelesen. Ah, hier bin ich. Im Süden der Insel. Hier komme ich so jetzt nicht durch. Dann gehen wir mal außen rum. Okay, dafür brauche ich Bomben. Er kommt mit, Henry. Wir checken mal ab. Oh, was ist das? Mehr Geschichte. So, guck mal her. Henry. Kannst du mal bitte alles da rein tun. Cool. Dann kann ich nämlich hingehen. Alles fallen lassen. Und du hebst das auf. Sehr nice. Du scheinst auch eine Art System zu haben. Okay, er tut auf jeden Fall alles in die Kisten da rein, wo schon mal wohl was von dem Klamm drin ist. Oh, Fischernetz. Dafür brauche ich Weizen und Pelz. Okay, dann machen wir doch mal... Zwei Seile. Oh, warte mal. Äh... So. Okay, der eine Afe holt einfach von irgendwoher alles. Jetzt brauche ich noch einen dritten, der hämmert. Okay... Das dauert eine Weile. Wo ich gerade dabei bin. Ich habe kein Holz mehr. Oh, ich habe eine Fackel gefunden. Ah! Scheide auch nicht leer zu gehen. Na ja. Gut. Schlaf mal nochmal eine Runde. Äh... Du bist mein bester... Kann ich dir auch ein... Was ist passiert, wenn ich dir einfach den Gegenstand gebe? Okay. Nee, dann tust du trotzdem nicht, was man von dir will. Äh... Einfach mal Holz sammeln. Okay. Holy Shit. Also im Transportieren sind die Affen nicht so gerade der Renner. Wohnt geht. Vier Gegenstände auf einmal. ich habe das gefühl ich sollte jack nicht so lange alle alleine lassen sonst zerlegt er gleich den ganzen regenwald naja gut kann er eh nur bis seine axt aufgebraucht ist aber ich glaube die axt hält eine weile dann reicht der smalljack kann ich dir beibringen raumstämme auszugraben ok nix zum graben mehr ok schlamm oder sand vor wenn eine schaufel natürlich auf heideland oder am strand befindet durch schaufeln in heißer und trockengebiet zu kieselsteiner alles aufgehoben sehr gut kommt mit äh du muss noch mal alles da rein und dann schmeiß ich alles wieder auf den boden was soll ich nicht ich glaube es ist nicht nur die nicht nur die die du die 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 ich weiß gar nicht mehr wo irgendwas ist da ist ein holz alles dafür ach so deswegen auch die fallen auch keine kein bait weil es schon da drinnen eingebaut das dauert echt lange nein 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 was fertig ja das ist noch mehr Okay, haben wir jetzt zwei Fallen da stehen. Du hast alles aufgehoben. Sehr schön. Hier hast du noch mehr. Okay. Okay. Äh, habe ich noch Stuff für... Ne, dafür brauche ich erst mal Fische. Ja, genau, ich kann ein Netz herstellen. Machen wir mal ein Netz. Ah, ne, dafür brauche ich ja Weizen. Hm. Ich will Weizen anpflanzen können. Oh, da unten bist du, Ballonfahrer. Okay, die Welt scheint groß zu sein. Oh ja, ja. Das ist cool. Das ist cool. Eine Glasscheibe. Machen wir mal. Wenn wir genug haben. Cool. Anscheinend haben wir alles. Okay. Du kannst deinen Hunger in deiner Gesundheitsanzeige befreien. Sobald das Herz leer ist, erleidest du durch Hunger Schaden. Dem regelmäßig etwas zu dir, um den Hunger entgegenzuwirken. Okay, gut. Äh, dann machen wir mal einen Smoothie. Genau gesehen, dass du den weggekragen hast. Okay, da füllst du also ganz gut auf. Pass mal auf, mal her. Und du bekommst das da. Und du bekommst das da. Du bekommst das Fleisch weg. Ah, da wäre auch noch ein Knüppel gewesen. Eine Banane habe ich auch. Und ich nehme mir den Speer. Jetzt gehen wir mal zum Ballon. Kommt mal mit. Aber warte, du hast dein Ding direkt weggeräumt. Daher war also der Knüppel. Da. Schaut mal mit, wir gehen zum Ballon. Vielleicht finden wir ja da noch einen Labyrinth. Vielleicht finde ich ja noch einen. Da hinten meine Äpfchen. Oh. Ledermäuse. Hm. Oh, ich sollte auch meinen Speer auswählen. Ich kann ihn schmeißen. Ihr werdet echt effektiv, Äpfchen. Cool, cool. Oh, ist noch ein bisschen Fleisch. Holy shit, ist der schwer stark. Mehr Schwein. Okay, ist die von vorne gepanzert, oder? Ich glaube, die sind von vorne gepanzert. Okay, ich würde sagen, diese Anzeige gemacht hat. Ich würde mal bitte meinen Speer wieder haben. Okay, also Schweine nicht von vorne angreifen. Verständlich. Ich habe jetzt auch einen Speer. Ha, ich habe jetzt auch einen Speer. Routen gibt es hier nichts. Oh. Äh, habe ich noch eine Axt dabei? Nö. Kann auch gerade keine machen. Ehhh. Ähh. Okay. Ähh. Ich glaube, das lohnt sich nicht, aber machen wir es einfach mal. so irgendwo soll doch der ballon sein links von uns aber hier ist eine dicke wand dem weh mehr geschichte kann verkauft ich habe meine sachen zum verkaufen gar nicht mit ich habe den schläger nicht mitgenommen an dem war wahrscheinlich ein knochen dachte mir ein knochenschläger gewesen auch noch so ein ding zum verkaufen die mango kann ich essen das hat fruchtiger spieß da ist der ballon hallo hallo handeln willkommen du hast den mysteriös einen shop gefunden diese marketing strategie mit der flaschenpost macht sich endlich bezahlt für mein luftschiff suche ich nur die besten gegenstände die waren die verkaufe helfen dir bei deinem abend und halten mein geschäft aufrecht ok ach so ich komme jetzt ein fernglas werden fernglas aus und drücke x und halte es um zu verwenden werden teile der karte ok cool kann ich dir das hier verkaufen jetzt drei seile aber er möchte anscheinend schließe alle aufgaben dieses auftragsgebers ab und hol dir eine spezielle belohnung dreimal seil kann ich machen kann ich machen ich kann jetzt alles verkaufen ich will ja eigentlich alles noch behalten noch mal die mysteriöse truhe mit auch mal die ich dachte wäre hier so eine truhe zum aufmachen ist das so eine art in der chest könnte sein aber was wäre sie warum sollte sie sonst mysteriös sein benutzen wir mal das ferrglas ok funktioniert wie ein dawnstar nicht ganz so effektiv ist nur ein sehr kleiner radius ich schätze mal dann hat er also irgendwie tägliche aufgaben oder so scheint aber auch kein anderen scheint unendlich mit dem fernglas machen ok kann ich die kiste ich kann die kiste benutzen während der affe die trägt ist ja hammer geil ok das glaube ich auch wie bei dawnstar ich muss also wirklich irgendwo hingucken wo ich sicht habe ist sie ach so die labyrinthe werden mir angezeigt bleibt nicht ewig auf dieser insel da draußen gilt es eine ganze welt zu erkunden muss meinen weg wenn das wasser zu überqueren da haben wir noch was du hast deine erste schatzkarte erhalten schatzkarten findest du im schatzkarten reiter eines tages buchs finde den ort auf dem bild und polonisch schätzt zu entdecken schatzkarten oh neujahr erst mal von piechern angegriffen werden so viel dazu das war ein bisschen feuerwerk eigentlich gar kein feuerwerk kaufen sollen können na ja dass sich die leute daran nicht halten zu erwarten aber wenig los vom geräuschpegel her na ja wer weiß ob er das jemals wieder hinkriegen das bin normal normales normales silvester hinkriegen ich hole mir jetzt mal was zu trinken ja ja post Und erst mal ein bisschen Wörme angetogen. Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass ich mal an Silvester am Streamen bin. Ich hätte mir vielleicht ein Spiel aussuchen können, wo ich hätte Feuerwerk machen können. Aber das Problem ist, hätte ich jetzt Seven Days angefangen, zum Beispiel, um mit Raketen zu arbeiten oder so. Ja, ich wäre eh wieder gestorben, wahrscheinlich. Teleporter gelten die Gesetze der Vorsicht nicht. Bau zwei Teleporter, um zwischen ihnen zu reisen. Du wirst ein paar Juwelen benötigen, um sie zu bauen. Leuchtende Steine, um sie anzutreiben. Okay, es gibt also eine Art Teleportationssystem. Ich bin immer noch verwirrt darüber, wo meine Schatzkarte ist. Jetzt hat sie die ganzen Geschichten, die ich gefunden habe. Oh, Farbe. Wow. Ich glaube, du kriegst schon Orange. Und du? Und du? Bist so ein weißer, geiler Affe. Ich würde gerne noch mal so einen Loverent finden. Wow. Oh oh. Komm. Ah. So langsam stehe ich auch das Kamp-System. Wieso ging der? Warte. Mal sehen, dass ich direkt aufs Meer geschaut habe. Wird das Meer? Wenn ich vom Meer ausgucke? Genau in den... Okay. Anscheinend, wenn meine Sicht nicht blockiert ist, kann ich weiter gucken. haben wir hier irgendwo noch ein labyrinth anscheinend kriege ich ja affen durch labyrinthe da ist poland die doch dann draußen ganz gut hier war ich schon okay bei dem sind auch die hörner zum schutz da halt mal wieder weiter die kiste ok oh oh dann gehen wir mal auf nach hause in der vulkanischen regionen wirst du verbrennen du musst etwas sauberes wasser bringen um ein jetzt fangen die auch noch an zu knallen so ich hoffe jetzt wird man das knall nicht ganz dolle ja ja ich bin aber gut da die ganzen geräusche noch von escape ist noch drinnen sind das war daneben habe ich nicht ok daneben ich bin nicht zu suchen mehr kam also wenn ich zu hause bin kann ich erst mal ein bisschen mach kraft ok hier möchtest du eine decke und du da hinten wolltest auch was wohl sand oder sand aber sand aber ist ja nicht schwer ranzukommen hier waren noch die steine damit ja wieder was zu essen neues aber das sieht auch aus wie eine truhe die haffe haltet mal immer nach hause auch meine axt ok da hab ich keiner drin da hab ich einer stabiles alzwerkwerkzeug fahrsfragment minderwertiges orkling relikt dafür kann ich dir sagen dass du hier öffnen sollst was rausnehmen und dann hier rein tun ok kann ich anscheinend nicht aber ich kann hier alles hinschmeißen mal alles her ach deswegen tropfen nummer ne nummer die man tropfen soll genau die man tropfen soll ok übersetzung ist in ordnung ich bin auf jeden fall gut pelz da durch so ich hätte eigentlich aber noch ganz gerne noch einen affen machen die 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 Wollen wir mal da hinstellen. Äh. Affe? Gucken wir mal. Äh. Äh. Da. Fleisch da rein. Obwohl, du bist schon fast fertig, ne? Affe. Mach. So. Geil. Ne. Affe holt. Andere macht. So. 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 ich habe die mangos alle weggefressen herr sorry ja ich will die mangos alle aufgefressen ok 8 bereich meinen sperre reparieren aber den habe ich gar nicht mehr provisorisches segel wird es mit segeln verwendet ich brauche mal vier seile dann brauche ich vier davon ich sehe schon ich muss den also richtig ordentlich die arbeitsstätten zusammenbauen und einen affen haben der immer alles aufhelfen ein busch ist fertig cool ich habe doch die mango check mal ob ich die mango anpflanzen kann ich kann keine mango so warte mal warte mal abbrechen nur einmal wieder so was habe ich jetzt leichte pfeile ok da brauche ich eisenklumpen für ich weiß noch nicht wo ich eisenklumpen herkriege aber jetzt kann ich den bogen nutzen so oder auch nicht brauche ich dafür irgendein piech in meiner nähe so 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 einfach irgendwo tun. i see. vögel kann hier anscheinend nicht abknallen ah hier ist ich zum abknallen ok na ja basteln wir erstmal weiter. ich werde schon früh genug angegriffen. ok geduld halten geht auch nicht. ok du Affe, ich möchte bitte, dass du was wegräumst. und du Affe, check ich möchte mal, dass du Stein kloppst. sooo palmenmädel brauch ich drei glaube ich. yes. und zwei seile. bau mal unser crafting system ein bisschen weiter aus. okay das ist einfach mehr wanddeko. okay okay das ist einfach mehr wanddeko. jetzt sollte ich irgendwo haben. und leder. leder, leder. da. hey Affe sind gerade beschäftigt. jetzt mach mal selber. so was macht der vorleger. luxus bett lagen oder euch wolf pelz und katzen pelz. also anscheinend muss ich noch gegen tiger und wölfe kämpfen. okay. du bist ja ganz gerne wie ich weizen mache. der händler ist immer noch da unten. kann ich hier immer noch. ich muss ja hier einfach mal was machen. vielleicht. segel nicht inklusive. kann zum land und im wasser verwendet werden. ich muss ja hier einfach mal was machen. oh. glasschüssel. okay. sammle und befördere mit flüssigkeiten. und veredeltes juwel. mhm. ach. damit kann ich da bestimmt verschmutztes wasser sammeln. ich sehe. ich sehe. ich sehe. ich sehe. ach. leu. man. ich sehe. die Affen geben echt power. okay um steine brauche ich mir erst mal keine gedanken machen henry kommt gar nicht hinterher mit dem einsammeln und dann schlafe ich jetzt erstmal noch eine runde und dann gehe ich noch mal zum händler okay und neue und die welt wurde wieder aufgefüllt okay auch wieder neue waffen jack sucht mir mal alles zusammen schlafen wir mal alles zusammen für einen schläger ich kann ihn noch nicht mach mir mal noch zwei knochenkeulen so interessant dass du immer zwei sachen rausnimmst oder anscheinend vielleicht vier ja sogar so so Uh, Henry? Oh, er hat schon 8 Steine getragen. Könnte also auch Tragekapazität bekommen. Diesmal machen wir die Leute aber platt. Hatte ich nicht noch irgendwo noch... Da ist noch ein Knüppel, falls meiner kaputt geht. Wann kommen die denn? Ja, bereite deine Verteidigung fort. Ja, dann lass kommen. Diesmal werden die nicht sterben. Alles klar. Auf geht's. Wann kommt's, Menech. Wann kommt's, Menech. Wann kommt's, Menech. Wann kommt's, Menech. Auf geht's. Wann wird er.